Du betreibst also ein erfolgreiches E-Commerce-Unternehmen. Du hast es gepflegt wie ein kleines Samenkorn und nun ist es zu einer gesunden und starken Pflanze herangewachsen. Aber sie hat auch hier volles Potenzial erreicht und kann nicht weiter wachsen. Deshalb willst du den nächsten Schritt machen und die Saat auf den neuen Märkten ausstreuen. Doch die fragmentierten europäischen Märkte, die kostspielige, grenzüberschreitende Logistik und die langen Lieferzeiten können dein Wachstum behindern und dich von der Expansion abhalten. Glücklicherweise kann BERT dir genau dabei helfen. Wir bieten eine vollautomatisierte und cloudbasierte Fulfillment-Lösung, die sich in alle führenden E-Commerce-Systeme integrieren lässt und Zugang zu einem europaweiten Lagernetzwerk bietet. Wir übernehmen deine Logistik von der Lagerhaltung, Kommissionierung und Verpackung über den Versand bis hin zum Retourenmanagement. Nutze unser internationales Fulfillment-Netzwerk, um näher an deinen KundInnen zu sein und den Versand noch schneller und günstiger zu gestalten. Stärke deine Marke mit unseren flexiblen Branding und nachhaltigen Verpackungslösungen. Unsere Versandpartner sorgen dafür, dass du immer die beste Versandoption für dein Paket findest, unabhängig vom Zielort. So wird der weltweite Versand zum Kinderspiel. Mit Bird kannst du ganz einfach neue Lager zu deinem Logistik-Setup hinzufügen. So kannst du deine Lieferkette belastbarer machen, saisonale Peaks bewältigen und neue Märkte erfolgreich erobern und deinen E-Commerce auf ein neues Niveau heben. Und wenn es zu Retouren kommt, können deine KundInnen unser Retouren-Portal nutzen, um ihnen ein nahtloses Kundenerlebnis zu bieten. Fulfill your Potential mit Bird Besuche uns unter www.getbird.com